Ja, hallo und willkommen zurück. Da ist der Leiter. Ich hoffe, ich finde hier noch irgendwie ein Warzeichen. Geil. Generator haben wir hier. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Zweiten Stack Holz. Ach da. So, euch geht es gut. Ihr macht genügend Essen. Ich würde jetzt einfach schon mal sagen, hier oben, wenn es geht, eine Nahrungslagerhalle irgendwo hinpflanzen. Geht nicht. Nein. Wären die effizienter. Das wäre so cool, wenn man das hier einfach drauf bauen könnte. Wir reißen jetzt erstmal einen davon weg. Wir gucken mal, ob wir irgendwo Schrott... ...wergen können. Schrott hier hinbringen, ne? Macht keinen Sinn. Können wir noch eine Runde Schrott mitnehmen. Bringen wir das nach da. Neue Anweisung? Jetzt da. Gut. Wir hätten ja das ja soweit gemanagt. Holz kommt. Schrott haben wir hier gar nicht mehr. Strahlung geht runter. Strahlung ist hier unten. Hier geht auch Strahlung runter. 50 Nahrung. Recycler wäre ja nicht schlecht. Stimmt, habe ich ganz vergessen. Werkstatt. Wo haben wir das? Recycler. Nun recyceln wir das mal. Gut. Jetzt ist es halt einfach nur noch... ...gucken, wie wir am besten klarkommen. Ich würde gerne hier mehr Nahrung echt hinsetzen. Können wir noch irgendwas forschen? Ah, das ist ein Problem. Das funktioniert noch nicht so ganz. Wie haben wir denn drei? Haben wir geknackt? Haben wir geknackt? Diese Werkzeuge bauen, ne? Erforschen. Ähm. Können wir das hier erforschen? Kohle. Ah, Eisenerz. Hier haben wir Kohle. Okay, wir stellen es jetzt erstmal da hin. Neue Anweisung? Wohin soll es gehen? Wesenerz. Können wir Eisenerz holen? Ich brauche unbedingt ein zweites Fahrzeug, ne? Die... Das kommt hier langsam wieder hoch. Ja, damit ich mehr Schrott transportieren kann. Damit ich einfach mehr Schrott transportieren kann. Hier ist ja nichts mehr. Das Bisschen ist ja ratzfass weg. Zerträger, Fischer. Ja, wir müssen halt massiv auf Nahrungsproduktion gehen, ne? Ist hier noch eine Sammlerhütte rein? Ähm. Nahrung. Geht das nicht anders? Was? Hm. Hm. Machen wir das so. Bild. Ich muss das Fahrzeug transportieren. Ähm. Bin am Steuern. Ja. Ich überlege gerade. Zweimal. Haben wir Eisenerz. Äh. Wieso entlädt er nicht? Möchte ich gut überarbeiten. Also hier muss er ja... Ah. Ah. Stimmt. Ich habe es ja rausgenommen. Entladen. Entladen. Das sind eigentlich die... Nee. Bearbeiten. Akzeptieren. Okay. Wie sind jetzt eigentlich die... Lagerverhältnisse für... Kann ich mir das nicht komplett angucken? 400. Irgendwie ein Fahrzeug, ne? Ja. Ja, der Buggy ist auch weiter schneller. Gibt es nicht irgendwie... Äh. Gibt es nicht irgendwie... Gibt es nicht irgendwie ein Fahrzeugbau? Schnelles, wendiges Fahrzeug. Fahrzeugwerkstatt. Fahrzeugwerkstatt. Das hier wäre interessant. Ich muss aber erstmal diese... Eisenaufbereitung... Soziert das... Wie produziere ich... Die Schraubenschlüssel? Hier, Eisenerz. Ah, ausgebaute Werkstatt. Ah. Können wir echt überlegen? Passt. 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 Brauchen erstmal Leute. Ganz viele. So austauschen. Zack, zack, zack. Dass wir... Das... Fertig forschen. Dass wir das hier eindeutig fertig forschen. Aber denn schon... Die Schraubenschlüsselleiten fertig produzieren. Neue Anweisung? Dass ich die komplette Produktion hiervon... Möchte gerne gucken, wo das alles hingeht. Wer jetzt... Wer jetzt... Werkzeuge brauchen, wer nicht. Ohne dass ich jetzt sagen... Sagen muss... Äh... Gucken muss. Äh... Benötigt Wasser. Baukosten. Nein. Welche Gegenstände... So... Du brauchst ein... Gras und ein Lager. Nehmen wir hier noch ein Lager hin. Gar kein Problem. Das ist doch gar kein Problem. Was ist denn das hier? Du brauchst nur Rohstoff. Du brauchst Nahrungslager. Du brauchst beides. Hygiene und Erholung sind wichtige Themen... um soziale Spannungen zu vermeiden. Dafür hätten wir gerne ein Badehaus. Könntest du dich darum kümmern? Wo denn? Kann ich hier ein Badehaus bauen? Bist du... Badehaus. Hier. Um... Wenn ja... Nee. Das kriegen wir technisch gar nicht hin. Ich würde jetzt eiskalt schon mal sagen... Wir machen das jetzt anders. Hier sind... Eins, zwei... Drei Häuser. Kann ich hier nicht auf die Häuser aufwerten? Eins, zwei, drei, drei, ähm... Was? Platz. Das ist mal... Boah, Spiel. Bitte. Dann machen wir das nämlich mit der Straße etwas anders. Gehen wir hier mit der Straße lang? Neue Technologie erforscht. Ist ja in Ordnung. Warum? Fertig. Ja komm, Bauab. Na los, komm. Bauab den Käse. Habe ich nicht genug Baumeister hier? Geht, dann bauen wir die ab. Ah, dann... Das ist alles nicht das Problem. So, was fehlt denn? Ach, das Zeug müsste ich auch noch bauen hier. Geil. Ähm, wir holen das mal. Bin am Steuer. Kann ich ein Badehaus so bauen? Ne, für ein Badehaus brauche ich... ...ein Recycling Center. Werden wir auch gleich nochmal hübsch bauen. Was ist jetzt hier echt an, Leute, ne? 10. 20. Wie? Ach, ja. Bummihandschuhe, Masken. Da kriegen wir hin. Ein Badehäuschen. Neue Anweisung. So Werkzeuge. Bin am Steuer. Die werden wir gleich so rüben produzieren. Ja, so langsam kommt es hier wieder hoch. Ah, die Produktion ist noch nicht ganz, ganz oben. Aber wir produzieren fleißig. Haben wir jetzt schon 20? Gut, dann kommt jetzt erstmal hier ein Badehaus hin. Boah, ich hier hinten die Schrottproduktion aus. Wenn die alle so da sind. So, was brauche ich denn? Diese Produktion. Werkzeug. Woots. 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 gut, wir können mal das Obdachlose die wollen hier ein Badehaus haben Badehaus Markt, können wir hier noch irgendwo in den Markt rein? Sehr geil, wir haben alles, produzieren jetzt unsere eigenen Werkzeuge Das haben wir, das haben wir Eine Autowerkstatt, ja Es wird, die Produktion fährt langsam wieder hoch Das ist sehr schön Jetzt aber einfach nur Ich muss Schwott hier hinbringen Ja, aber wo denn? Wo willst du ein Badehaus hinhaben? Hier ist ein Pavillon Muss man auch sagen, wo du ein Badehaus hinhaben willst Irgendwie funktioniert die Benuführung nicht so ganz Ich kann das nicht wegklicken Wohin soll's gehen? Oh Bin ich ganz ehrlich, so Wohin soll's gehen? Haben wir hier Was haben wir? Was soll ich hier mit Kupfer? Was soll ich hier mit Glas? Was soll ich hier mit Glas? Das liefern wir jetzt mal nach da aus Wo haben wir jetzt unsere Stahlproduktion? Die Stahlproduktion müsste ja hier hinten irgendwo sein Hier Okay Wo zieht Eisen Hier bräuchte wahrscheinlich Holz Und zwei Baumschuhen Ne, warte, warte, warte Ähm Materiallager Ach so Ach so Dann könnte man ja An sich ja noch Zwei Wir da auch noch ein bisschen Nahrung produzieren Ein Kühler Was soll die Industrie hier aufbauen? Ah, wir haben ja ein Problem Wir haben keine Leute Wir haben hier keine Leute Eine kleine Feier Ja 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 Hier ist halt die Die Sache Die ist besser geplant hier Wird zwar noch eine ganze Weile dauern Äh, dass es funktioniert Aber das Aber es wird funktionieren Ähm Keine Baumeister Ja 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 dann Hier fährt die Funktion dann wieder hoch Aber wir haben keine Wir brauchen Leute Wir brauchen einfach hier eine Vollbeschäftigung 0,80 Ich bin lieber tot Wir müssen hier echt Gummiproduzieren Okay Ist nach ganz außen Lädt er eigentlich das Zeug ein? Ja genau Hier lädt er 150 ab Das ist ja ein Tropfen auf dem heißen Stein Ja, ich will ja unbedingt die Fischer loswerden Viele von uns zweifeln daran Dass dieser Ähm Ja, wir haben Encycler Die fahren wir erstmal runter Okay, wir haben zwei Die fahren wir jetzt erstmal runter Hat ein bisschen was zu tun Das ist wichtig Dass diese Dinger hochgehen Gut Hier kommt erstmal Massen kommen hier nicht an Geht Was fehlt hier Oh das So Badehaus Wir brauchen Stahl Fünf Fünf Das Badehaus da bauen können Bin am Steuer Das fehlt so ein bisschen Ne Bin dran Keine Oh Meister Aber das wird sich geben Wir sehen uns Nächstes Mal Bis dahin Ciao Bis dahin Bis dahin Bis dahin Untertitelung des ZDF, 2020